Ja, langsam macht einfaches doch schonmal Schaden. So. Jetzt lass mich hier doch mal gucken. Hier kommt einfach mal wieder hoch. Okay, hier ist nichts, oder? Außer im Pokémon Center und die Pe... Was ist das da unten? Ach, das ist wahrscheinlich das Kraftwerk. Okay. Ich hoffe, das misst ihr jetzt auch. Naja, schlimmer nicht. So, auf zum Kraftwerk. Surfen, ja. Los, Krabbi. Und, kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Tut mir leid für die kleine Unterbrichtung. Mein Vater ist gerade reingekommen. Deswegen... Eine kurze Pause gemacht. Mal nach der Heizung geguckt. Und... Also was. Gucken wir mal weiter. Hoffentlich finden wir hier Muskie. Warlord? Äh, Level 16? Äh, okay. Die hätte es mit Level 30 oder so gerechnet. Ich hoffe, die ist hier mal. Ist das das Kraftwerk? Ich glaube, ja. Hallo? Äh, äh. Mhm, mhm. Okay. Mhm. Hallo. Alles sehr interessant, aber was ist jetzt mit diesem verkackten Kraftwerk nicht in Ordnung? Das müsste sie nicht in der Arena ist. Oder ist sie deswegen gar nicht in der Arena? Hä? Danke. Ja,rä Kasperkiker? Äh, ja. Äh, äh... Äh, äh... Äh eins, äh... Äh, äh, uh... Äh, äh, äh äh, äh... ...äh... Äh... Äh, äh. Äh, äh... Ah, geil. Jetzt sind wir also nach Azurias City und dann nochmal dahin, oder was? Okay. Azurias City. Oh yeah. So, wo ist sie denn? Du. Nein. Du. Du hier? Nee, oder? Du bist ja doch... Okay. Okay. Zwielichtige Person treibt hier irgendwie so... Na wo? Hier wahrscheinlich nicht irgendwo. Du hier wahrscheinlich auch nicht. Da. Ah. Hi. Ja. 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 Laber mich doch nicht voll, Mann. Nichts. Tschüss. Ich glaube, es hackt. Hab ich das Hell jetzt von ihm bekommen? Ich hoffe mal. Du hast sie, glaube ich, nicht gesehen. Ich hoffe einfach mal, wir haben das Hell jetzt bekommen. Einfach nur mal zum Kraftwerk. Ja. Ach. Ja. Ja. So. Und rüber. Nein. Da. Jetzt. Ah. Ach, diese Steuerung auf dem Fahrrad. Und hier rüber und da runter surfen. Hier runter. Nein, kein Pokémon. Danke. Ja, natürlich da. War doch so klar. Schlup, wenigstens. Schneiden Mollert einfach seinen Schwanz ab, stecken das Mirable an die Zunge und kriegen den Blattstein. Punkt. So der Plan. Hi. Du kannst mit meiner Unterstützung rechnen. Habe ich das Teil jetzt nicht schon? Hallo. Ich dachte, ich habe den jetzt schon. Oh, Mann. Muss ich dir das geben? Anscheinend ja nicht. Oh, ich dachte, ich habe den jetzt. Oh. Wie lange funktioniert der Magnetzug nicht. Hä? Wo ist der denn hin? Das ist doch bei Azuria City. Ja, bei Azuria City raus. Warum habe ich das Teil nicht abgenommen? Blöd. Was ist denn? Was misst du jetzt da? Nein. Warum nicht? Kann ich hier surfen? Könnte ich. War jetzt auch nicht. Äh, äh, äh? Äh, äh? Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Hilfe. Ah. Wo ist diese zwielichtige Person? Du nicht. Vielleicht nicht nach hier oben gerannt. Da. Ah. Ja, guck dir mal schön das Wasser an. So. Jetzt aber. Gib mir da teil. Muss ich da nochmal rüber? Toll, danke. Are you kidding me? Willst du mich verarschen oder so? Für den Scheiß bin ich jetzt so lange ungeirrt? Oh, Mann. Unnötig. Wenigstens ein Level ab. Danke. 42. Sehr schön. Oh, ja. Passt. Lichtschild. Nein. Nö. Nein. Hallo. Nein. Ja. Danke. Das war's. Gib mir den Generator da. Versteckt. In der Arena. Aha. Okay. Haha. Haha. Team Rocket ist kaputt. Yo. In der Arena. Hier. In der Mitte, hat er gesagt. Hä? Muss ich jetzt ernsthaft angeln? Ich hab doch... Ich hab ne Angel. Kann ich jetzt hier angeln, oder wat? Wie dumm wäre das denn? Ähm... Ich werd grad zuspampt bei Skype. Profi... Profi Angeln. Ein Generator! Ernsthaft? Ich dachte, ich muss hier jetzt angeln. Wo ist denn dieser verkackte Generator? Geh jetzt rum und klicke einfach überall. Einfach ass, wenn man... Nein, 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 nein Oh, danke! Mein Gott, wie unnötig. Da wäre ich ja nie draufgekommen, hätte ich mir das nicht durchgelesen, was er da gelabert hat. Sonst lese ich mir ja nichts durch, aber da habe ich mir gedacht, ne, bevor ich noch weiter rum irre, lese ich mir überdurch, wo er die versteckt hat. Als ich das Wort verstecken gesehen habe. Ja. Los! Ich will hier weiterkommen! Na los! Warum spackt mein Internet schon wieder so rum? Ich sehe die ganze Zeit, wie ich bei Skype on und off gehe. Und wie ich jetzt auf einmal richtig scheiß Verbindung habe. Oh, geil, mein. Kein Pokémon erwischt. Hammer! So, wem gebe ich jetzt die Spule? Dem da unten. Dem hier. Da! Ah, ja, die Spule. Witteschön! Wow, danke! Donner! Los! Blitzkanzler! Blitzkanone! Wo ist es? Aha! Wo ist es? 07! Blitzkanone! Aha! Wo ist es? 07! bei elektropokémon jetzt kann man dabei zu bringen wohl nicht so falsch sein statt kann man nachher mal gucken wie viel schaden das macht beim ist die jetzt zurückfliegen und müsste erstmal schön auf die fresse wäre ja mal ganz schön nach dieser ganze zeit das umgelaufen das nervt mich kann ja total ja er findet sich wieder